Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Heute wieder Indoor. Draußen schneit es. Gestern war so schönes Wetter und wir haben einen genialen Film gestern konstruiert und das ist echt der Burner. So, es geht drinnen weiter. Das heißt im Klartext, was müssen wir als erstes machen? Jawohl, die Alokasia Polly hier wieder neu versorgen. Einfach mit reinem Wasser. Dazu gießen wir das alte Wasser einfach raus. Das mache ich also wirklich jeden Tag jetzt und auch jetzt wieder Wasser reinfüllen. Logischerweise, damit es uns nicht vertrocknet, so dass der Wachstumspunkt im Prinzip im Wasser steht. Und das war es für heute erstmal. Weißt du Bescheid? Nein, natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier noch etwas stehen. Das haben wir gemeinsam vor ein paar Tagen gemacht, vor circa einer Woche. Mammutbaum. Es geht schon wieder um Mammutbaum. Gestern haben wir den richtig großen gesehen draußen, den wir radikal bearbeitet haben, auch im Wurzelraum. Und heute schauen wir uns ein paar kleine Schätzchen an, die jetzt geboren sind. Und auch davon können wir einiges zum Thema Mammutbaum heute mitnehmen. Aber keine Wange, es geht nicht nur um Mammutbaum, sondern heute geht es voraussichtlich Klimbim geben. Aber ihr wisst ja, wir machen hier alles spontan, im Prinzip fast live. Und von daher, lasst uns überraschen, was es heute so zu sehen gibt. Ganz kurz gezeigt, die Zimmerische, die wir umgetopft hatten, eingepflanzt hatten. Im Moment auf sich stand ja Wasser zum Bewurzeln. Hier geht es richtig gut. Kein Blatt hat schlapp gemacht. Alles easy, alles okay. Richtig cool. So, dann fangen wir jetzt auch hier mit den Mammutbaumsamen an. Guck mal, jetzt bin ich gestern den ganzen Tag nicht drin gewesen. Der Springbrunnen. Er brummt nicht mehr. Ist auch Phänomen. Ich habe nichts geändert. Außer den Steinen bin ich mir jetzt ein bisschen anders hingelegt. Aber ansonsten, ja, ist ein Phänomen manchmal bei manchen Sachen. Das passiert einfach. Es passiert, wie es passiert. Da kannst du nichts machen. Da kannst du denken und tun und machen. Aber jetzt läuft er wieder. Okay. Okay. Die Brutstation öffnen wir jetzt. So schaut das Ganze aus bei unseren Mammutbäumchen. Nach circa einer Woche sehen wir tatsächlich die ersten Sämlinge. Also die Keimung ist hier tatsächlich in vollem Gange. Aber nur auf einer Seite. Auf der Seite hatten wir das Ganze abgedeckt und auf der Seite nicht offen gelassen. Einfach nur so die Samen mit dem Substrat, in dem sie kühl stratifiziert wurden. Im Kühlschrank dementsprechend dann einfach so draufgepackt. Ja, dort keimen sie und hier halt noch nicht. Es soll aber noch nichts heißen. Nichtsdestotrotz werden wir das natürlich gemeinsam weiter beobachten. Ob das nun wirklich relevant ist oder nicht. Die Aussaat war dementsprechend am 22.03. Also es ist schon cool. Wie lange waren sie nochmal im Kühlschrank? Am 22.02. Also ein Monat. Ein Monat waren sie im Kühlschrank, wie gesagt, mit Substrat angefeuchtet. Und dann hier dann am 22.03. Also ein Monat später zur Aussaat gebracht. Wie wir sehen, die jetzt nicht abgedeckt wurden, sind am Keimen. Aber wie gesagt, es soll noch nichts heißen. Das müssen wir jetzt weiter beobachten. Auf jeden Fall so schon mal sehr interessant mitzunehmen. Die Keimrate wird auch hier nicht sehr hoch sein. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Von daher ist es grundsätzlich immer besser, mehrere Samen zur Aussaat zu bringen. Hier hatten wir den ersten Test gemacht. Auch diese waren erst im Kühlschrank gewesen, am 22.02. Und am 4.03. haben wir sie zur Aussaat gebracht. Also nach circa zwei Wochen. Und hier ist jetzt, sorry, hier ist jetzt also, waren zwei gekeimt. Einer ist da hingegangen und einer wächst tatsächlich jetzt. Wunderbar. Der steht natürlich offen jetzt, ganz klarer Fall. Ich muss auch die anderen jetzt offen stehen lassen. Da muss ich mal gucken. Also das Licht bekommen in dem Sinne. Ach so, das zum Thema Licht- und Dunkelkeimer. Also wie gesagt, hier ist immerhin einer am wachsen. Hier ist jetzt so, dass wir, sorry, dass ich das jetzt ständig hier hineingreife. Aber das ist am einfachsten jetzt für mich. Hier ist jetzt so, dass sie nicht abgedeckt sehr gut keimen. Aber sie hatten ja kein Licht. Das zum Thema Lichtkeimer. Also Lichtkeimer in dem Sinne sind es nicht. Weil, wie gesagt, das Ganze war so abgedeckt. Bei Zimmertemperatur. Ja, also können wir davon ausgehen, dass hier auch noch was passieren wird. Aber vielleicht ist es auch so, wenn die Samen oben aufliegen, dass sie einfacher keimen können. Kann ich jetzt noch nicht darlegen, widerlegen. Wie gesagt, das ist jetzt theoretischer Kram noch mehr oder weniger. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich sie abdecke trotzdem. Sie müssen aber Licht bekommen jetzt. Ansonsten können die Sämlinge sich natürlich nicht entwickeln, wenn sie im Dunkeln liegen. Dann läuft das nicht. Dann muss ich gleich mal gucken, wie ich das hante. Aber da fällt mir auch schon noch was ein. Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sie also tatsächlich nach der Kaltstratifikation noch einem Monat auch am Keimen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier waren ganz viele Samen drin. Also es sind mit Sicherheit über 100 Samen gewesen, die ich hier reingepackt habe. Also, dass wir es kurz so für die Zukunft mitnehmen können. Und ich werde natürlich weiter berichten darüber. Da bist du einen Tag mal nicht hier im Paradies im Zimmer und schon wächst alles wieder, wie es will. Ganz kurz nochmal gezeigt. Das war die Aussaat, die Direktaussaat von den getrockneten Mammutbaumsamen. Sind wunderbar gekeimt anfangs und anschließend sind sie alle kaputt gegangen. Ja, ist de facto so, welchen Fehler ich genau gemacht habe. Ich vermute mal, dass ich sie zu lange abgedeckt hatte. Dann habe ich es abgenommen und das war wohl ein kleiner Fehler gewesen. Gehe ich jetzt zumindest von aus. Also, wenn ihr dementsprechend sie zur Karmung gebracht habt, nicht sofort an die frische Luft. Akklimatisieren. Das heißt, die Abdeckung abnehmen. Natürlich klassisch, ganz klarer Fall, damit Licht reinkommt. Ganz wichtig, das Ganze mal eine halbe Stunde oder Stunde offen lassen und wieder abdecken. Und dann das Ganze im Rhythmus verlängern und irgendwann kannst du es ganz offen lassen. Wobei mir das jetzt bei dem einen, den wir vorhin gesehen haben, in den Plastikpöttchen. Ja, also es ist so, die Sämlinge sind so unterschiedlich. Der eine ist, den wir jetzt gesehen haben, in diesem Plastikpöttchen wunderbar gewachsen. Und der zweite Kandidat, der hat genau das gleiche Problem wie diese gehabt hier, ist einfach von oben abgetrocknet. Weg, putt. Und der eine ist richtig cool gewachsen. Es kann aber auch einfach tatsächlich mit den Sämlingen selber zusammenhängen, dass das so gegeben ist. Aber hier sind es alle puttig, alle hin. Naja, nehmen wir jetzt so mit. Auf jeden Fall mit der Kaltstratifikation funktioniert es. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit. Und die Direktaussaat auch vom getrockneten Samen funktioniert. Aber hier habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Vielleicht ist es auch besser, wenn sie kaltstratifiziert werden, dass sie dann irgendwie widerstandsfähiger sind. Ja, da musst du echt 10, 20 verschiedene Versuche machen, um das richtig rauszukriegen. Ihr nehmt so mit, wie es jetzt läuft, fertig ist. So, die Direktaussaat vom Baum der Samen. Also runtergefallen die Zapfen, Samen raus. Also man muss die Zapfen trocknen lassen, dann fallen die von alleine raus, die Samen. Direkt zur Aussaat bringen, läuft genial. Das ist die beste Methode überhaupt. Das hatten wir ja damals hier gemacht. Und die Pflanzen sind schon richtig gut gewachsen hier im Haus. Das ist richtig genial. Ich werde auch noch eine Aussaat draußen machen. Ich habe ja noch ein paar Samen. Die werde ich dann direkt mal ins Beet streuen. Leicht bedecken und dann mal gucken, was sich da jetzt noch tut. Weil die Nächte sind ja auch noch kalt hier. Und von daher ist da eine Kaltstratifikation auf jeden Fall noch gegeben. Okay, ob das notwendig ist, ist nach wie vor fraglich. Okay. So, dann zeige ich euch mal kurz, wo jetzt die Zimmeresche hingezogen ist. Denn wir haben hier bei uns in der Familie einen neuen Pflanzenfreund, Freundin. Zeige ich euch mal kurz. Ja, damit ihr das mitnehmen könnt, nicht wahr, dass nicht nur ich mich für Pflanzen begeistere. Und du natürlich, ganz klarer Fall, pass mal auf. Na, wo sind wir wohl? Ja, wir sind im Kinderzimmer von Melodie und es schneit draußen. So, da stehen sie. Einmal die Grünlilie, die Zwerggrünlilie, die mega groß geworden ist. Die pflegt Melodie ganz alleine. Ne? Wenn sie gegossen werden muss, dann sagt sie mir Bescheid. Und dann bekommt sie Wasser in der Gießkanne. Und dann kann sie die ganz alleine gießen. So, und hier ist jetzt auch die Zimmeresche hingezogen. Das ist jetzt Melodies zweite Pflanze im Zimmer. Und Melodie war schon sogar drauf und dran und hat eine eigene Aussaat gemacht. Willst du uns die mal zeigen? Deine Mandarine? Ja? Ja? Na komm. Ich schau mal mal, wo die ist, die Mandarine. Ja, sie ist mit dem Fensterbank gewachsen. Der Gummibaum. Sieht ein bisschen chaotisch hier aus auf der Fensterbank, aber ist egal. So, wir sind hier in der Küche. Dort ist etwas gewachsen, Melodie. Was ist das, was da gewachsen ist? Was hast du da reingesteckt im Boden? Was hast du da reingesteckt? Weißt du es noch? Eine Mandarine. Einen Mandarinen-Samen hat sie hier reingesteckt. Und guck mal, der Samen, der liegt nur hier oben auf. Der hat sie gar nicht tief reingebuddelt. Und der ist von ganz alleine gewachsen, ne? Von ganz alleine. Ja, wo stelle ich sie jetzt hin? Ich stelle sie erst mal hier. Moment, muss ich mich mal drehen. Einmal hier hin. Weißt du schon, was das ist hier? Weißt du es? Ja, das ist die Papaya. Alter Schwede. Ich hole sie jetzt mal wieder hier ins Bild. Man kann jetzt vielleicht noch nicht so viel erkennen. Ich drehe die mal vor sich ein bisschen. Denn sie bekommt das Licht ja von oben. Dementsprechend sind die Blätter natürlich nach oben gerichtet. Lass mal auf. Ich werde ihn mal vorsichtig hier rausnehmen. Und einmal kurz kippen etwas. Das ist so eine wunderschöne Pflanze. Die Papaya. Guck dir das mal an. Der helle Wahnsinn, ne? Es ist schon irre, das Ganze so zu betrachten. Auch der Stamm hier richtig fest und dick. Kräftig eingewurzelt. Ich hole es gleich mal ein bisschen näher ran. Weil das einfach wunderschön zu sehen ist, wie das sich entwickelt. Ab und zu gibt es auch mal ein gelbes Blatt. Das ist aber ganz normal. Weil hier unten kommt ja kaum Licht hin. In dem unteren Bereich, logischerweise. Und dementsprechend fällt auch schon mal ein Blättchen ab. Das ist aber nicht so schlimm. Es wachsen ja ständig neue nach. Neue. Wir hatten ja eine Aussaat gemacht. Sie sind immer noch hier im Becherchen drin. Einfach nur just for fun. Weil ich sie nicht wegtun kann. Einfach mal gucken, was da so passiert. Die werden auch gedümmt hier. Auch bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Genauso wie die große auch. Und jetzt holen wir uns mal den Kandidaten, den wir hier damals herausgenommen hatten. Waren das die? Ja doch, die waren das. Und dann dementsprechend direkt eingepflanzt haben in die Selbstbewässerung. Das zeige ich euch jetzt mal. Oh Mann, das ist so mit der Papaya. Das ist schon. Och, das ist so heavy. Ich versuche es noch, ob ich es so nochmal hinstellen kann. Ich hole sie gleich auf jeden Fall näher ran. Oder machen wir das jetzt mal kurz als erstes vielleicht. Geht das Blatt schon ab? Ja, es geht schon ab. Siehst du wohl. Dann schauen wir uns mal kurz den Stamm an, bevor ich jetzt gleich das neue Baby in der Anzuchtstation hole. Weil es ist einfach herrlich anzusehen. Das ist so schick. Vor allem, dass der Stamm unten so dick wird. Das ist schon heavy, ne? Ich hoffe, das passt jetzt von der Belichtung noch. Ja, das passt noch, ne? Guck mal. Guck dir das mal an, wie schön der wächst. Vor allem, die ganze Pflanze wächst kompakt. Es ist also jetzt nicht so, dass es hier irgendwie lang in die Höhe schießen würde oder dergleichen. Nein. Muss ich ihn gleich mal kurz rausziehen. Ich halte ihn jetzt mal frei Hand. Das wächst also schön. Jetzt stehe ich gerade auf dem Kabel. Das wächst also richtig schön kompakt, ne? Es wächst immer ein Blatt heraus. Und wenn das ja mehr oder weniger ausgewachsen ist in dem Sinne, kannst du sagen, dann entwickelt sich langsam das nächste. Und hier sind ganz viele kleine Blätter, die sich entwickeln. Aber es schiebt immer nur ein Blatt, das sich richtig kräftig entwickelt. Und wenn das fertig ist, dann kommt das nächste Blatt heraus, ne? Und interessanterweise werden die Blattstiele, also immer länger, ne? Die werden länger. Warum stelle ich jetzt nicht scharf? Die werden also tatsächlich länger und länger. Deswegen ist das Ding jetzt auch so breit. Na toll, jetzt habe ich das Ding hier frei Hand. Sollte ich vielleicht auch mal üben, mal langsam, ne? Ja, also es ist genial, wie breit der Baum geworden ist. Das ist echt heavy. Okay, jetzt hole ich dann doch mal kurz die kleine. Oh, das ist so genial anzusehen. Richtig heavy. Warte mal. Der Springbrunnen, der sieht jetzt so aus. Wer die Geschichte noch nicht ganz kennt, ich zeige es gleich komplett. Aber ich wollte einfach erstmal die Pflanze zeigen, wie sie sich entwickelt. Ich hoffe, die Schärfe bleibt einigermaßen stehen. Auch hier sehen wir ein kompaktes Wachstum. Sie entwickelt also auch ganz viele Blätter, aber immer nur eins entwickelt sich dementsprechend. Gucken, ob ich das so ein bisschen näher dran kriege. Kann man so vielleicht nicht so richtig erkennen. Ich drehe es nochmal ein bisschen. Sie ist ja erst relativ lang herausgewachsen. Und dann wächst sie jetzt tatsächlich kompakt, nachdem die richtigen Blätter herauswachsen. Ich hatte jetzt Angst, dass die immer höher und schneller wächst und in eine Höhe schießt. Ist aber nicht so gegeben. Richtig genial im Wachstum. Ich zeige es gleich nochmal komplett. Und ich könnte auch mal kurz die Pflanze so zeigen. Ich ziehe sie mal kurz aus der Selbstbewässerung raus hier. Das ist also eine richtig coole Sache. Das kann ich euch sagen. Vor allem das Schöne ist bei der Pflanze jetzt hier oder bei diesem Projekt in dem Sinne. Hier brauchen wir also nichts machen. Nur beobachten das Wachstum. Weil wir haben sie versorgt, so wie es sein soll, bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Und das mit sehr, sehr, sehr viel Wasser. Das ist eine richtig coole Sache. So, die Geschwisterchen. Die schauen wir uns jetzt an. Die Geschwisterchen im Becherchen. Ja, auch die, wie gesagt, bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Mikrosiemens. Warum habe ich hier zwei Becher? Der ist mir undicht geworden. Ich weiß nicht, warum. Ich ziehe mal eben raus hier. Und da lief mir immer das Wasser raus. Da muss irgendwo ein kleiner Haarriss drin sein. Aber ich habe es jetzt so nicht gefunden. Ja, deswegen eben zwei Becher, dass mir das kurz geklärt ist. Nicht, dass jemand fragt, wieso hast du einen zweiten Becher? Ja, und so sehen die Wurzeln jetzt aus. Also easy. Alles okay. Wie gesagt, bei 400 bis 500 Mikrosiemens mit dem Compo Complete. Ich lasse sie hier im Wasser stehen. Warum? Kennst du mich, ne? Einfach mal machen. Nicht lange lachen, weiß Bescheid. Weißt du, was wir daraus lernen? Und jetzt holen wir uns dann mal die Geschwisterchen. Ja, doch, Geschwister sind es auch. Weil sie sind ja alle aus einer Frucht, ne? Die sind jetzt momentan da hinten. Und die schauen wir uns auch mal etwas näher an. Da sind sie schon. Die Geschwisterchen aus der gleichen Frucht. Das sind die Samen, die wir damals sauber gemacht haben, richtig. Die Hülle auch entfernt und so. Und dann zur Aussaat gebracht haben. Und die wir jetzt vorhin gesehen hatten. Das waren die, wo wir die Hülle nicht abgemacht hatten. Auch das geht. Ich kann dir aber empfehlen, wenn du eine Aussaat machst, packen nicht so viele Samen auf einmal rein wie hier. Es war nur ein Versuch hier, ne? Eine Testaussaat, um zu gucken, ob das überhaupt mit der Papaya uns nochmal gelingen sollte. Und es ist uns gelungen. Und das ist eine richtig coole Sache. Ja, hier sieht man auch schon, die Wurzeln wachsen hier unten rein mittlerweile. Auch das steht bei 4 bis 500 Mikrosiemens. Das Gefäß ist nicht abgedunkelt. Deswegen entwickeln sich jetzt hier die Algen. Müsste ich jetzt mal abdunkeln. Oder was ganz anderes machen insgesamt. Aber da bin ich mir nicht schlüssig. Wie gesagt, ich habe eine Vielfältigkeit hier. und nicht von einer Pflanzenart eine riesengroße Masse. Weil das bringt es mir einfach nicht, ne? Das nutzt das, wenn ich das ganze Haus volle Papaya stehen habe. Nee, nee, geht nicht, ne? Aber dann dementsprechend einfach mal kurz gezeigt, wie die sich weiterentwickeln. Vielleicht lasse ich es auch so, wie es jetzt noch gegeben ist. Ne, wer weiß, was wir daraus noch mitnehmen können. In der Zukunft dann dementsprechend. Von daher lassen wir mal so. Ich werde das Glas dann tatsächlich jetzt abdunkeln. Ist ja nur kein Problem. Nimm ich mal ein Hosenbein von Melodie. Und dann hat sich das... Ja, es ist also wunderschön anzusehen, was mit der Papaya alles möglich ist. Papaya im Haus. Papa, ja. So ist das mit dem Papa. So, hier sehen wir das ganze Gebilde jetzt komplett. Denkst du auch, was ist das denn für eine rote Säule? Ich zeige es jetzt nochmal für den, der das noch nicht mitgenommen hat. Die Selbstbewässerung hier im Big. In dem Sinne, ich drücke das mal nach oben, ziehe das raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Guck dir das mal an. Ja, ist schon heavy, ne? Und wie gesagt, wir haben das Ganze jetzt für lange, lange Zeit versorgt. Mal sehen, wann wir dann tatsächlich wieder zu übergehen, das Ganze auffüllen zu müssen. Hier steht soweit alles draus mit der Aufsaat, wann wir sie pikiert haben, alles okay. Ja, wie gesagt, bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Jetzt ist natürlich, wir wissen ja bei dem Compo-Complete-Dünger, dass der zum Teil Absetzung hat. Also ja, im Prinzip einige Stoffe schweben nach unten in dem Sinne. Inwieweit das jetzt hier in dem Wasser gegeben ist, was hier verfügbar ist oder nicht. Ob es dort zu Mangelerscheinungen kommt, bedingt dadurch, dass sich hier etwas absetzt von dem Dünger. Ja, auch das müssen wir beobachten. Ich werde da jetzt nichts machen. Das Logischste wäre natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einmal die Woche oder so alles umrühren, ne? Und dann ist alles wieder verfügbar im kompletten Wasser in dem Sinne, wenn das denn so gegeben ist. Aber das müssen wir beobachten. Und auch deswegen mache ich es eben nicht, damit wir das mitnehmen können in der Zukunft, ne? Ob das so funktioniert, ohne dass man irgendwas machen muss, ne? Natürlich könnte man jetzt noch vom Aquariumbereich Sprudelstein unten rein, mit Luftpumpe, ne, und brrrr, kannst du das immer aufwirbeln. Nicht immer einfach zwischendurch mal. Dann kannst du dann einmal am Tag an oder so, dass das ein bisschen aufgewirbelt wird, alles. Aber das ist eine andere Sache. Da geht es ja auch schon dann wieder in den Thema Hydroponik, wobei das ja im Prinzip auch Hydroponik ist, ne? Davon abgesehen. Aber okay, das ist am Rande gezeigt, dass ihr das Versuchsprojekt so mitnehmen könnt. Das ist also eine richtig coole Sache. Das sage ich euch, das macht richtig Bock. Ja, wo bekommt man solche Gläser? Musst du einfach mal im Baumarkt gucken. In der Floristikabteilung, also da gibt es verschiedenste Gläser. Ich habe auch schon verschiedene hier. Müsst ihr einfach mal gucken, ne? Irgendwo werdet ihr dementsprechend Gläser finden. Ganz wichtig ist nur, ihr müsst natürlich vorher diesen Topf haben, oder einen Topf in dem Sinne, um zu gucken, ob der auch drauf passt, ne? Nicht, dass ihr euch so ein Glas holt und habt einen Topf und plups, dann fällt er rein, ne? Oder geht nicht rein, weil der Durchmesser zu klein ist von einem Glas oder wie auch immer. Dann müsst ihr schon gucken, dass das auch zusammenpasst. Ganz wichtig. So, siehst du wohl, Papaya, ist eine coole Sache. Ich mache jetzt kurze Pause, weil ich so begeistert bin von diesen Pflanzen mittlerweile. Aber wie gesagt, ich kann leider nicht so viel. Was wir aber machen könnten, ähm, guck mal, groß haben wir sie bekommen? Kein Problem. Wir wissen, wie es geht. Im mineralischen Substrat von Vulcatec ist das eine geniale Sache. Übrigens gieße ich hier diese Pflanze von oben, weil sie sehr viel Wasser verbraucht. Da kann ich das machen, da ist das überhaupt kein Problem. Und die Substratoberfläche ist innerhalb eines Tages wieder abgetrocknet oben. Das geht also ratzfatz. Und sie macht auch, äh, ja, kompakte Wurzeln im kompletten Topf in dem Sinne. Also sie saugt von überall das Wasser. Bei der Pflanze ist es kein Problem, ne? Von daher ist das so ganz easy. Äh, steht allerdings auch im Anstau ganz wichtig bei dieser Pflanze. Sie verbraucht sehr viel Wasser. Also da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Besser wäre es natürlich noch hier, wenn ich hier auch tatsächlich das in einer kompletten Selbstbewässerung hätte in dem Sinne. Aber wir wollen ja auch gucken, wie Pflanzen zu pflegen sind in Tontöpfen. Damit wir das ja im Laufe der Zeit auch mitnehmen können. Weil es auch sehr viele Menschen gibt, die halt noch Tontöpfe verwenden. Oder auch wieder dazu übergehen, Tontöpfe tatsächlich zu verwenden. Welche Vor- und Nachteile gibt es dabei? Das nehmen wir im Laufe der Zeit mit. Deswegen machen wir das ja auch, ne? So, so und so in dem Sinne. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, ja, meine Güte. Bei dem Kandidaten haben wir ja schon gesagt, dass wir ihn gegebenenfalls, wir wollen ihn nicht so groß werden lassen hier in dem kleinen, schmalen Gefäß, ne? Sondern dass wir ihn gegebenenfalls schneiden, klein halten, kompakt halten. Um zu gucken, wie er sich dann entwickelt, ne? Von manchen Pflanzen kennt man das ja. Manche verzweigen sich wunderbar, andere wiederum schieben tatsächlich nur einen Trieb wieder nach oben. Das ist meist auch bei der Avocado so gegeben. Hatte ich damals zumindest so mitgekommen. Da hatten wir schon mal zurückgeschnitten damals, als ich sie noch hatte in der Anzucht, als es damals noch lief, interessanterweise. Warum es mir bis heute noch nicht wieder geglückt ist. Okay, wir haben ja eine Keimung jetzt so gegangen, müssen wir mal gucken. Aber es gibt Pflanzen halt, wenn die abschneiden, die wachsen eintriebig wieder nach. Es gibt auch Pflanzen, wie gesagt, die verzweigen sich dann wunderschön, wie es auch bei der Abroa Carambola beispielsweise gegeben ist, oder bei dem Carpog wunderbar gegeben ist. Also das ist eine coole Sache. Dann können wir das dann dementsprechend hier auch mitnehmen. Aber das dauert noch. Dann lassen wir erstmal wachsende Schätzchen, einen etwas dickeren Stamm auch ausbilden und dann werden wir ihn gegebenenfalls zurückschneiden. Ja, wer die Serie verfolgt, ist da natürlich ganz klar im Vorteil, weil, ne, ist nun mal so. Das wird nicht morgen passieren, sondern das dauert ein bisschen. So, und dann zeige ich euch mal kurz, ja, Moment. Mal schauen, wie ich das jetzt draufkriege. Gibt es hier mal gleich etwas, was wir schon länger nicht gesehen haben? Tada! Nein, das meine ich natürlich nicht, ne? Sondern, was ich euch jetzt zeigen werde, deswegen steht das Orchidspray da vorne auch. Wir haben ja ein Kindle abgenommen von einer Pflanze, von der Phalaeonopsis, am 3.1.2020. Sie entwickelt sich sehr gut, ist nach wie vor richtig kräftig grün, richtig genial. Das sieht super cool aus. Was ich jetzt zeigen möchte nochmal ist, wir haben das Ganze im Ton, Granulat in den Kugeln und dann oben abgedeckt mit dem Ceramis. Der Ceramis ist sehr, sehr, sehr stark saugfähig. Das muss man berücksichtigen, egal was man macht damit. Dementsprechend transportiert es natürlich auch Salze an die Oberfläche. Und die sehen wir jetzt hier, diesen weißen Belag, der hier drauf ist. Ist also nach langer Zeit mal wieder gegeben. Das heißt, ich werde es heute einmal durchspülen. Das Interessante ist, wir können auch den Wurzelwachstum beobachten. Das ist also, läuft richtig cool, kriege ich das ein bisschen näher dran hier. Ja, siehst du wohl, ne? Wächst mittlerweile ins Substrat hier hinein auf der Seite. Auf der Seite noch nicht, aber auch hier sehen wir diesen kleinen, dicken, hellgrünen Knubbel. Also wächst tatsächlich. Und hier ist auch so gegeben, dass also auch hier in dem Bereich Salze sich an der Wurzel ablagern. Wie gesagt, ich werde das Ganze einmal durchspülen. Jetzt gedüngt habe ich sie ein einziges Mal bis jetzt mit dem Orchidspray. Okay, das hat also genial funktioniert. Wie gesagt, sie ist kräftig. Gründer ist auch schon sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Von daher werde ich das heute wieder machen. Ich verwende das also nicht jede Woche. Das mache ich also nur ab und zu. Ich sehe gerade am Springbrunnen, läuft hier mal drunter. Ich habe hier einen Stein falsch draufgelegt. Das soll natürlich nicht sein. Kontrollieren, ganz wichtig. So, also werden wir das Ganze jetzt einmal kurz durchspülen. Man könnte das Ganze jetzt auch tauchen, ne? Aber ich mache es jetzt mal so. Spüle dann dementsprechend auch mal die Wurzeln hier sauber, damit die Salze sich also auch lösen. Ich bin mal gespannt, was wir mit der Orchidee später mal machen. Sie bleibt ja nicht ewig hier drin. Das ist ja nur jetzt, ja zum Übergang im Prinzip, um zu gucken, ob diese Technik funktioniert. Und das ist natürlich genial. Das läuft richtig gut. So, ich klicke mal kurz hier auf den Untersetzer. Das ist richtig heavy. So, und den Rest werden wir dann jetzt auch durchspülen, richtig. Damit, wie gesagt, die Salze ein bisschen gelöst werden, die sich hier drin befinden. Die kommen zum größten Teil übrigens nach wie vor aus dem Tongranulat, also aus den Kugeln. Das ist tatsächlich so gegeben. Also es lösen sich immer noch Salze dort heraus. Interessant, dass wir das erfahren haben, mitgenommen haben im Prinzip. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor. So, siehst du wohl. Hier machen wir es einmal raus hier. Tauchen das wieder rein, vorsichtig. Ich nehme das nochmal raus hier. Das ist also richtig schön spülen. Jetzt spüle ich es ja doch, ne? Sag ich mal, könnte es ja einfach spülen. Jetzt spüle ich es ja doch in dem Sinne. So, okay. Dann setzen wir das Pflänzchen jetzt wieder drauf hier und achten darauf, dass Kontakt gegeben ist. Das heißt, die Wurzeln, die müssen Kontakt auf das Substrat haben. Wenn das nämlich nicht gegeben ist, dann können die Wurzeln kein Wasser saugen. Dann vertrocknen sie, logischerweise, ne? So, siehst du wohl. Haben wir das soweit fertig und dann können wir es auch gleich versorgen. So, willst du auch einen Schluck? Ich stelle es einfach mal dahin, ne? So, siehst du wohl. Dann nehmen wir jetzt unser Orchideenspreis. Ich muss gleich mal gucken, wie ich den so positioniere, dass auch wirklich die Wurzel komplett Kontakt hat. Weil das ist gerade nicht gegeben, sondern nur die eine dicke Wurzel. Das heißt, ich müsste eigentlich mal gucken, dass ich hier ein kleines Löchslein buddle. Der war ja schon etwas reingewachsen, ne? Richtig, genau. Siehst du wohl. Aber nicht zu buddeln. Die Wurzeln sollen auch so... Nee, passt immer noch nicht. Dieser Blatt ist jetzt echt zu dick schon geworden. Lass mal auf. Das heißt, ich müsste ihn schräg legen. So, genau. So. Da sehen wir unser Mystic-Spray. Ich hoffe, das passt jetzt gerade. Ich muss mal gucken, dass ich das... So, immer hier drauf. Fertig. Das war's. Mehr brauchst du jetzt nicht machen. Und dementsprechend ist die Pflanze jetzt tatsächlich versorgt und kann sich weiterentwickeln. Also, es ist schon eine coole, einfache Verfahrensweise, ne? So, natürlicherweise ganz klar im Anstau. Also, hier muss immer Wasser drin sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Wurzeln selber nicht im Wasser. Aber, dass das Substrat ordentlich Wasser nach oben saugen kann. Also, die Methodik tatsächlich zum Anzug von einem Kindle ist eine richtig coole Sache, ne? Man kann ganz viele verschiedene Sachen machen. Wir wollten ja mal gucken, inwieweit das so funktioniert. Denn daraus lernen wir später eine ganze Menge. Ne? Dass wir das mal kurz mitgenommen haben als Update von der Phalaenopsis. Ach, hier siehst du. Warte mal. Die Mutterpflanze. Die hat ja noch ein neues Kindle scheinbar ausgebildet. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Denn die Mutterpflanze ist ja eigentlich die, die am Sterben war. Ne? Jetzt habe ich es ganz vergessen heute Morgen. Ganz wichtig, ne? Ganz wichtig. Eurche Ideen brauchen ab und zu mal feuchte Wurzeln. Und wir sehen, sie wachsen auch ohne Substrat, ne? Läuft auch. Von daher sind wir überhaupt erst auf die ganze Thematik gekommen. So, wir sehen jetzt die Mutterpflanze. Ich erzähle nicht sehr viel dazu, denn das meiste wissen wir ja. Sie ist kaputt gegangen damals. Das Herz ist verfault, weil wir sie ständig eingesprüht hatten damals, bis wir dann tatsächlich auf den Nenner gekommen sind, dass es nicht so gut ist. Okay, dann wie gesagt, irgendwann entwickelte sich tatsächlich dieses Kindle, was wir dann gemeinsam abgenommen haben. Und dann jetzt auf diese Art und Weise mal gucken, wie es läuft, ne? Darum machen wir das ja. Versuch macht klug, wie wir wissen. So, dann hat sich vor kurzem gezeigt, dass sich ein neuer Knubbel bildet, aber das ist kein Kindle geworden. Es ist ein neuer Blüthentrieb geworden. Tididididididadadam. Ja, die Orchidee, die eigentlich am kaputt gehen ist, die macht Sachen, kann man bald drüber lachen, ne? Erst ein neues Baby, haben wir ihr geklaut und jetzt denkt sie sich, oh, Schiete piepen, jetzt mache ich Blüten, damit ich mich wieder vermehren kann. Sie gibt nicht auf und steht hier tatsächlich im normalen Orchideensubstrat, wie man das kennt. Produkt weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ist auf jeden Fall Rindmulch gemischt mit Tongranulate in dem Sinne. Ne? Weiß Bescheid. Ceramis, jetzt habe ich es wieder. Glaube ich doch. Ja, von Ceramis war das. So, also, sie will sich nicht verabschieden, sie möchte bei uns bleiben und einfach weitermachen. Also, es ist schon eine coole Sache, dass das mit Orchideen dann tatsächlich funktioniert, ne? Also, nicht immer alles wegschmeißen, einfach mal die Pflege verändern. Und wir düngen auch hier übers Blatt, ne? Läuft. Die Wurzeln, dementsprechend kannst du auch einsprühen mit dem Orchidspray. Läuft auch, geht auch, ne? Ja, dann brauchst du auch nichts anderes mehr. Aber das haben wir ja alle schon gelernt und das im Prinzip nur noch nebenbei erwähnt. Aber es ist schon eine coole Sache, dass die Orchidee jetzt einfach mal einen Blütentrieb neu ausbildet, ne? Und da freue ich mich richtig drauf, wenn sie dann anfängt zu blühen. Ja, und dieses Experiment könnten wir eigentlich bald abbrechen hier und das Ganze weiter vorbereiten in dem Sinne mit einer vielleicht neuen Idee oder wie auch immer. Aber nun ja, sie steht hier in der Brutstation nach wie vor nicht abgedeckt oder dergleichen, wird auch nicht eingesprüht oder dergleichen. Nein, sie versorgt sich wirklich nur über die Luftwurzeln der Feuchtigkeit, die das Serums nach oben saugt. Ganz wichtig, so mitzunehmen. Erstmal so, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Heute ein bisschen Klimpeln und es hat richtig Spaß gemacht. So, ja, Tag ist ein bisschen durcheinander. Ist ja die Uhrzeit, dass ich umgestellt habe. Da dachte ich so gestern, ach, ist doch eine Schiete biebendengst. Von wegen, weil mir fehlt jetzt eine Stunde. Ja, so ist das manchmal im Leben. Da denkst du, ach, das ist nicht so wild und plötzlich merkst du dann beim Tun und Machen, irgendwas ist heute anders, weißt Bescheid. Okay, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Aber warte mal, den Springboden noch mal ganz kurz gezeigt. So, dann kannst du hier auch noch mal den Blütentrieb sehen. Heavy. Eine Orchidee, die am kaputt gehen ist, dass die nicht aufgeben will. Das ist echt heavy. So, ich mache ihn jetzt noch mal auf hier. Ich mache ihn aber gleich wieder zu. Nur mal kurz so gezeigt. Und wie gesagt, er ist also nicht mehr am Brunnen, äh, am Brunnen, lol, am Brummen. Warte mal, ich muss den mal eben wegnehmen hier, damit das nicht so plödert, ne, denn wenn das Wasser hier drauf spritzt, spritzt es natürlich auch dementsprechend, äh, über den, ne, Rand in dem Sinne. Tjo, so ist das mit dem Springboden, ne, der verändert sich ständig. Machst du nix bei, du. Das Ding hat ein Eigenleben, ist tatsächlich so. Tja, so ist das manchmal im Leben, ne. Nicht alles läuft immer gleichbleibend. Ne, das ist schon eine coole Sache. gibt es ja viel Zeit,